So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Spore. Wir sind gerade dabei, mal wieder irgendwelche Missionen zu erledigen und können jetzt hier munter, munter in kleinen Städten, in wirklich sehr, sehr kleinen Städten, äh, Figuren, aua, abballern, wenn ich sie denn finde. Hallo? Den da, ne, scheiße, war der falsche. Na, man sieht auf dem weißen Grund ja nichts. So, jetzt haben wir eine... Naja, jetzt ballern die mich ab, geil. Ähm, macht nichts. Nächste Start. Hallo? Mich deucht, ich sollte ein Gehirn wäsche. Oh, ist das scheiße. So. Wahrscheinlich eh so eine Übermacht für die. Naja. Okay, die haben gerade eh andere Probleme, kann ich ja... Wenn ich einen sehen würde, aber ich sehe irgendwo nichts. Ja, was geht hier ab, ey? Da. So, das schafft. Ist da noch einer vielleicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Äh, die feiern gerade eh irgendeine Party, von daher... Wenn ich gleich, als ob ich so viele Leute umgebracht hätte. Entschuldigung, aber... Ist nicht einfach. Jo. Es ist kein Vorfall passiert. Es ist alles gut. Ich muss hier nur irgendwie rauskommen. Irgendwie funktioniert das mit dem Rauskommen nicht so gut gerade. Jo. So, dann dahin und dann dahin und dann reden wir wieder mit denen. Hallo! Unsere heilige Sache hat triumphiert. Spur 2 nur sind nicht mehr. Preise Spur und blicke wohlwährend auf deine 60.000 Spur-Dollars. Wir haben übrigens auch noch einige Missionary-Mannia. Willst du immer noch nicht handeln? Nee. Okay. Wer könnte den Körper von diesem Lee haben wollen? Wo sind eigentlich die Enten hin? Ich hätte doch irgendwann mal so ein Entenreich, mit dem ich voll Friends war. Aber irgendwie weiß ich nicht mal, wo die sind. Warte, wir können ja mal gucken. Also da ist irgendwie ein böses Gebiet. Wo sind denn die Enten? Oh, hier ist irgendwas... Hier ist irgendwie was, äh... Geblabberer. Willst du das haben? Ah, jetzt hab ich's geschafft. Aber irgendwas findet noch auf diesem Planeten statt. Das ist ja nicht so schön, der Planet jetzt. Voll traurig. Na gut, wir haben tatsächlich die Mission geschafft. Und ich weiß... Aber ich weiß nicht, warum der geblinkt hat. Der Planet. Oder ist das der? Oder der? Keine Ahnung. Hoppala. Oder ist das... Hä? Äh, was... Die Planeten verarschen mich doch, oder? Hallo. Hast du noch irgendwas auf dem Planeten, das ich abgreifen konnte? Wow. Die sind gerade dabei, irgendwie Atmosphären aufzubauen. Da wollen wir mal nicht stören. So. Ähm. Initiativiert mich irgendwie. Missionen. Hast du die jetzt abgegeben? Ja. Hä? Äh, du musst uns helfen, damit unser Reich noch ein bisschen wächst. Sicher, wir haben es weit gebracht im Vergleich zu früher, als wir nur unseren Heimatplaneten hatten. Aber nicht weit genug. Da draußen gibt es jede Menge anderer Spezies und jede davon will ein kleines Stück der Galaxie für sich. Wir müssen uns ein ordentliches Stück sichern, bevor wir überrannt werden. Es bleibt dir überlassen, wie du diese tatsächlichen, zusätzlichen Sternensysteme, kolonisierst, kolonisierst, sie auf unbewohnten Planeten zu errichten, funktioniert natürlich immer. Aber dabei könntest du dir aufhören, dass es gar nicht so viele geeignisse Planeten gibt. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, anderen reichen Systeme wegzunehmen. Entweder mit Gewalt oder durch Handelsrouten mit Verbündungen, dann kannst du sie nämlich kaufen. Dann nichts wie los. Ja, das probieren wir ja schon die ganze Zeit. Großartig. Ähm, unser unmittelbares Ziel ist es, Kolonien in sieben verschiedenen Sternensystemen zu haben. Eine Sache könnte dabei noch wichtig sein. Unsere Strategen haben die Struktur anderer Reiche analysiert. Es gibt noch keine Ergebnisse, aber die Daten deuten definitiv etwas ganz Bestimmtes hin. Das Zentrum der Galaxie. Und jetzt zisch ab und vergrößere unser Reich auf sieben Sternensysteme und nimm Sterne, die näher am Zentrum der Galaxie leben. Wenn du dort etwas, wenn dort etwas ist, müssen wir früher oder später genau was darüber erfahren. Ich möchte dich noch etwas fragen. Willst du? Irgendwie. Leb wohl. Ich habe eine Goldeselplakette gewonnen. Wir können auch ein paar Reiche kaufen. Ich würde das gerne probieren mit einer Million. Deswegen habe ich jetzt auch das ganze Gewürz verkauft. Ich hoffe, das funktioniert auch. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass du Handelnsruten nicht so viel abwerfen. Hier. Freund. Wie viel Geld wollen wir denn die ganze Zeit, Mann? Kann man hier noch eine Handelsrute eigentlich einbauen? Handels... Äh... Ups. Weitere Tochter. Hallo. Handelsrute? Nur langsam, Händler. Immer große Worte und große... Wir nicht machen Handel, Handel mit dir. Panna. Wird sie irgendwie... Irgendein... Oh mein Gott. Hier, nimm es. Tschüss. Keine Ahnung. Irgendwie... Das klappt nicht. Alles so. Wollt ihr noch eine Handelsrute? Vergeistert, bis wir uns die Zahlen... Und die Zahlen lügen nie. Es brächte uns keinen Vorteil. Unser Geld ist woanders besser. Hier, nimm mal ein rotes Gewürz. Wo sind die Enten hin verflucht? Polonisiere drei weitere. Wow. So viele haben wir schon? Wir haben schon vier Dinger? Echt? Eins, zwei, drei. Vier. Tatsächlich. Äh... Was ist eigentlich mit diesen? Ich versuche jetzt momentan die ganzen Dinger zu dingsen, ne? Lass mich mal auf Planet. Bist du ein T2 Planet? Du bist noch ein T2 Planet. Okay, jetzt müssten wir natürlich mal gucken. Äh... Was für Pflanzen hier drauf sind. Das ist natürlich... Achso, das wird hier angezeigt mit... Oh. Das ist ja clever, weil das sind, glaube ich, die Pflanzen, die wir schon drauf haben. Und dann haben wir mehrere kleinen Pflanzen. Mittlere Pflanzen, die hier noch nicht drauf sind. Das heißt, wir müssten uns eigentlich nur um Tiere kümmern. Mui haben wir schon. Quabat. Ava. Kiba. Flatagon. Und irgendwas. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Dann müssten wir mal gucken, wo wir dann... Gehen wir am besten natürlich auf den T3 Planet. Äh, vielleicht aber nicht auf unseren. Lass mal auf den hier. Einmal gucken. Handel. Ne. Jo. Nicht gescannt. Achso. Nicht gescannt bedeutet für mich komplett fremd, was echt gut ist eigentlich. Was ist das da eigentlich? Aha, guck mal, da haben wir schon mal den Fleischmesser. Ein, bitte mitnehmen. Tschüssi. Danke. So. Pflanzen brauche ich... Oh. Ne, ich brauche T3. Also ich weiß nicht, ob das abhängig... Ja. Das ist jetzt aktiv nach... T3 Cheon. Hm. Da sind noch Tiere. Ne, immer noch nichts. Die haben wir schon gescannt. Wir haben eine neue Kreatur. Ab in den Frachter. Gulasch. Wir haben einen Gulasch gefunden. Hm, lecker. Hm. Ne, wir brauchen... Ach, ihr seid doch scheiße. Käpt'n, wir brauchen deine sofortige Hilfe. Wir werden von einem unbekannten Aggressor angegriffen. Kommt so schnell wie möglich zum Planeten. Euch gewählt im Sternensystem Moral. Oder wir werden mit Sicherheit schwere Verluste erleiden. Ja, ich arbeite dran. Aber ich finde die gute nicht. So, was geht ab? Was? Wo denn? Aber wir sollten vielleicht zur Stadt fliegen. Wir sollten vielleicht zur Stadt fliegen. Bin ich hier richtig? Ja. Ja. Von der anderen Seite kommt aber auch noch welche. Warte, da bricht da was durch. Oh. Wow, du bist ein wahrer Held. Wir wissen nicht, dass wir ohne dich getan hätten. Vielen Dank. Hm. So, darf ich jetzt... Was ist das hier? Epochsreich. Was möchtest du? Das muss ich in dem Planeten natürlich erstmal wiederfinden. Ja. Ja! Unser Geld ist ausgegangen. Und dann sagst du... Oh, ihr dürft uns doch nicht. Ah, das war jetzt aber aufregend, der kleine Beef. Ne, ich glaube, wir waren auf dem Planeten und dann suchen wir da noch Figuren. Also wir suchen quasi den zweiten Fresser. Hier, Pflanzenfresser. Ich scanne jetzt einfach wir durch die Gegend und warte, bis dieses Ding aufpoppt. Nope. Aber andererseits, wir könnten natürlich auch einfach hingehen und sagen, wir nehmen vielleicht einen zweiten anderen Pflanzenfresser mit. Was bist du für einer? Wie heißt du? Truba. Truba. Ja komm, dann lass doch einfach Truba mitnehmen ein. Vielleicht funktioniert... Ich weiß ja nicht genau, wie das... Jetzt habe ich mir keinen Truba mitgenommen. Ich wollte auch einen Truba. Haben wir jetzt einen Truba? Nein. Nein. Ich will diesen... Wo ist denn der da drüber? Wir haben jetzt zwei Tiere. Gibt er jetzt aufgegessen von den anderen, oder was? Boah, ist das kacke. Such mal woanders. Hm. Was ist das? Was ist das? Nein. Hoppala. Haben wir schon. Man, dieses Truba-Vieh wäre perfekt gewesen. Oder wir nehmen eben Bubble mit. Bubble! Mitkommen. So. Dann wollen wir das mal probieren. Ich... Ist natürlich übrigens ein super kleiner, äh, Hinweis-Gadget, was auch immer gelöhnt. Dass, äh, wenn die Kreaturen schon auf einem Planeten existieren, dass dann dort einfach, ähm... ...dass das dann so toll angezeigt wird mit hier, ach ihr wisst schon, mit grünem Punkt da, so, grünem Teil, genau. So, ja, wieso, 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 was pingst du mir hier an? Oh, oh, wir haben das Geld nicht mitgenommen. Stimmt, wir haben ja was abgeballert. So, dann sammeln wir das erstmal ein. Okay. Sollten wir uns vielleicht merken, alles, was wir abballern, gibt uns auch Geld. Wenn man's denn sieht, richtig. Warte. Ja. Jetzt haben wir einen Baum mitgenommen. Genial. Schön. So. Hi. Ja. Sei gegrüßt. Äh, warte mal. Wir müssen ein bisschen runter eigentlich nur. Ein bisschen... Eigentlich müssten wir schief. Also wir bräuchten eigentlich einen Trockenzeitgenerator. Aber eigentlich wahrscheinlich nicht. Wir müssten eigentlich nur einen Eissturm haben. Kaufen wir mal einen Eissturm und gucken, wie es dann funktioniert. Hallo. Hast du einen Eissturm? Ich würde gerne einen Eissturm kaufen. Oh, du bist ja gar nicht. Wieso bist du so teuer? Irgendwie Atmosphäre zu senken. Ich suche mal woanders einen Eissturm. Also bitte. Es gibt günstigere Varianten. Zum Beispiel bei den Enten. Aber ich finde die ja momentan nicht. Ich weiß nicht, wo die Enten mehr sind. Vollkommen die Orientierung verloren. Wo sind meine Enten? Doch da, hier. Da sind die. Wow. Was machen wir da? Ente, Ente, Ente. In der nächsten Folge kaufen wir dann aber einen Eissturm. Zum Mitnehmen bitte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.